Die erste Omi Reward Season in der VW App startet schon in wenigen Tagen. Unter anderem gibt es weitere Informationen über den Animation Test und ist das Ganze vielleicht doch ein absoluter Reihenfall. Unter anderem schauen wir uns natürlich auch die nächsten Comic Drops an, das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Bevor das ganze Video beginnt, möchte ich kurz sagen, das ist das letzte Video hier aus 2023. Ich wünsche euch da draußen einen guten Rutsch ins neue Jahr, genießt die Zeit und feiert auf jeden Fall ausgiebig und wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Und ich würde sagen, starten tun wir an dieser Stelle direkt rein, auch mit der Omi Reward Season, die ja schon in zwei Tagen beginnen wird. Das heißt am 1. Januar, das heißt, wenn ihr noch nicht euer Omi Token auf der VW App habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall machen. Ich werde euch unten und hier auch unter dem i ein Video verlinken, was euch zeigt, wie ihr die Token von einer Exchange auf die VW App bekommt. Kommen wir nun zum Animation Desk und hier wird es bald schon so weit sein, dass ihr diesen Tisch craften könnt. Ab dem 4. Januar wird das Ganze hier verfügbar sein und es ist außerdem natürlich auch so, dass alle Pencils hier geburnt werden. Der Tisch wird insgesamt natürlich auch nur die Anzahl haben, die der kleinste Stift hat, in dem Fall 3657 oder sowas in etwa. Und Unredeemed Animation Desk Collectibles werden natürlich geburnt. Schauen wir uns jetzt aber nochmal ganz kurz den Medium Artikel an, denn man muss ganz klar sagen, es ist hier nicht so viel drin, wie ich mir persönlich erhofft habe. Wir sehen, das Ganze ist hier animiert, das Ganze ist eine Seagull Dreher, was erstmal sehr, sehr nett ist. Wir haben es natürlich hier mit der First Edition zu tun und 3687 sind es hier an Editions, die wir maximal bekommen können für diesen Tisch. Man braucht natürlich alle fünf Walt Disney Animation Pencils, um das Ganze zu craften. Und jetzt ist natürlich aber die Frage, cool, jetzt kann man das craften, aber ist da noch mehr Cap? Und da muss ich ganz klar sagen, bis zum jetzigen Zeitpunkt ist da noch nicht so viel mehr. Wir können uns mal hier ganz kurz das Video anschauen, denn das gibt uns dann doch einen ganz interessanten Einblick. Man kann hier doch wohl etwas machen oder es ist so animiert mit diesen Bildern hier. Die Frage ist natürlich auch, kann man diese Bilder vielleicht für andere Dinge noch verwenden oder sind die hier auf dem Tisch sozusagen fest? Das ist natürlich eine Sache, die kann ich euch nicht beantworten, das weiß ich genauso wenig wie ihr. Ich persönlich hoffe, dass bis zum 4. Januar hier noch was kommen wird zu dem Animation Desk, was das Ganze hier nochmal ein bisschen antreibt. Denn ansonsten muss man einfach ganz klar sagen, alle Leute, die hier diese Pencils sich gekauft haben und gehofft haben, dass hier noch mehr kommt, anschließend ich selbst, ja, kriegen ganz schön auf die Nase. Denn wenn man sich mal hier den Pencil, zum Beispiel den Reg'n'Ralph, den seltensten Stift anschaut, dann sieht man hier ganz klar, wir sind jetzt momentan bei einem Floorpreis von 44 Gems. Wir sind hier wirklich abgestürzt mit der News eigentlich von 55 auf plötzlich nur noch 40 kurzzeitig und jetzt halten wir uns bei 44. Das ist natürlich nicht allzu gut. Dementsprechend hoffe ich auf jeden Fall, dass da noch was kommen wird. Ansonsten war das auf jeden Fall ein großer Reinfall. Kommen wir zu einer sehr spannenden Statistik von Vivifox und zwar, wie viele Collector gibt es denn eigentlich in der Vivi App? Und hier bekommen wir übrigens wahrscheinlich auch noch sehr viel mehr Details zum Collecten in der Vivi App. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Wir schauen uns das aber mal an hier mit dieser Grafik. Wir sehen hier, dieses Leader sind Diamond Hand Collectors. Ich gehe mal davon aus, dass das Leute sind, die gar keine Collectables verkaufen oder nur sehr, sehr wenige. Und dann haben wir hier nochmal 13,4% Collector. Das heißt, wir haben hier in etwa 46% der Leute, die wirklich sammeln in der App. Was schon meiner Meinung nach ziemlich gut ist, weil man hier sieht, wir haben hier drüben die Aggressive Flipper mit 27%. Da sind 6% nochmal Unterschied. Das heißt, wir haben 6% mehr Collector als diese aggressiven Flipper, was meiner Meinung nach erstmal ein sehr gutes Zeichen ist. Es ist natürlich aber trotzdem erschreckend zu sehen, wie viele Flipper hier insgesamt mit dabei sind. Wir haben hier im Prinzip Trader. Das würde ich teils auch noch zu Collector hinzuzählen. Denn Traden heißt ja, dass du unter anderem auch dir Sachen verkaufst, um dann dir Sachen zu kaufen, die du halt einfach magst. Deswegen würde ich das hier auch noch mit einbeziehen. Aber es ist natürlich trotzdem erschreckend, dass man hier sieht, dass wir trotzdem ca. 41% der Leute in der App haben, die einfach nur flippen oder auch sehr, sehr aggressiv flippen. Und das ist natürlich ja nicht ganz so gut für die App. Trotzdem auf jeden Fall eine interessante und spannende Statistik hier, die ViviFox geteilt hat. Schaut auch gerne auf ihrem YouTube-Kanal vorbei. Sehr, sehr interessante Videos sind zwar auf Englisch, trotzdem sehr, sehr gut gemacht. Kommen wir nun zu den nächsten Comic-Drops. Und der nächste Comic-Drop ist Spider-Man 2099 aus dem Jahre 1990. Hashtag 35. Natürlich hier auch wieder mit exklusiven Rare, wie auch Ultra-Covern. Das Ganze wird am 2. Januar um 17 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Und wir sehen hier auch außerdem die First Appearance auf Venom 2099. Das heißt, relativ interessant auf jeden Fall. Das sind einmal die Cover, die wir hier sehen werden. Auf Go Collect selber ist das tatsächlich nicht ganz so gut bewertet, wie man es gedacht hätte. Wir haben einen 9.8-Kanal mit 160 Dollar. Das heißt, hier reden wir definitiv nicht von einem sehr krassen Grey-Comic. Nichtsdestotrotz sind die Cover vielleicht für den einen oder anderen trotzdem spannend. Kommen wir zum nächsten Comic. Und zwar Spider-Man Hashtag 2 aus dem Jahre 2017. Hashtag 1. Und hier werden wir die First Appearance auf Miles Morales auf dem Marvel Universe sehen. Und dieses Comic wird tatsächlich auch keine Exklusiv-Cover haben. Das sind aber trotzdem hier die Cover, die wir sehen werden. Mir persönlich gefallen ja auf jeden Fall diese beiden Cover hier an den Seiten sehr, sehr gut. Schauen wir uns nochmal die Daten auf Go Collect an. Die sehen nämlich nicht allzu gut aus. Wir sehen jetzt hier eine 9.8-Kanal für 65 Dollar. Ist nicht allzu viel. Auch bei 300 Grades ist das nicht viel. Von daher für mich persönlich auch an dieser Stelle ein Skip. Aber nichtsdestotrotz von den Covern her sieht das auf jeden Fall relativ spannend aus. Und das war es jetzt an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über einen Daumen nach oben von dir freuen. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und wünsche noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und bis dann der Käpt'n. Ciao, ciao.